Was hat es eigentlich mit Ingress Shaping auf sich? Jetzt bei FragFritz. Wir haben jetzt schon mehrere Anfragen zu dem Thema Ingress Shaping bekommen, unter anderem von Lösegeld Günther. Und Lösegeld Günther, natürlich zeige ich dir gerne mal, was Ingress Shaping eigentlich ist. Es ist ein neues Feature in der Laborversion, also im kommenden Fritz OS. Und es geht um eine faire Bandbreitenverteilung im Heimnetz. Wir machen ja schon länger ein Shaping, eine Priorisierung im Upload, also Extra Shaping, um zum Beispiel Internet-Telefonie sicherzustellen, dass das gut funktioniert. Das heißt, wir sorgen dafür, dass bestimmte Pakete im Upload priorisiert werden und schlimmstenfalls andere gedroppt werden, um sicherzustellen, dass kritische Anwendungen hat, wirklich zeitnah funktionieren. Das machen wir jetzt auch in dem Download mit Ingress Shaping. Warum brauchen wir das eigentlich? Ich zeige euch mal ganz kurz, was nämlich passiert, wenn wir kein Ingress Shaping machen, keine faire Verteilung haben. Ich habe hier zwei Notebooks. Beide sind per Netzwerkkabel mit der Fritzbox verbunden, um sicherzustellen, dass nicht irgendwelche WLAN-Effekte hier eine Rolle spielen. Und ich starte jetzt hier einfach mal einen FTP-Download. Also ich habe hier ganz normal einen FTP-Client, stellvertretend für irgendeine Anwendung. Das könnte eine Videokonferenz sein oder irgendwas, was dieses Notebook gerade im Internet tut. So, ich schaue, jawohl, da laufen die Daten. Und jetzt gucke ich mal hier rein in die Fritzbox. Wir sehen, ich habe hier eine 97 Mbit-Verbindung. Und ich starte jetzt hier mal so ein Speedtest. Und so ein Speedtest ist eine sehr aggressive Anwendung. Der macht nicht nur eine Verbindung auf, sondern mehrere, um wirklich das maximale Ausleitung rauszuholen. Und klaut dadurch anderen Anwendungen auch gerne die Bandbreite. Und wir gucken mal, wir sehen, der springt hier direkt mit 80, 83, MB3, 85. Also von den 97, die ich habe, schnappt er sich gerade fast alles. Und das kann natürlich dazu führen, dass diese Verbindung entsprechend gebremst wird und die Anwendung vielleicht nicht mehr gut funktioniert. Beim FTP-Download sage ich, na gut, dann dauert es halt ein bisschen länger. Wenn es eine Videokonferenz ist, dann merke ich vielleicht auf einmal, oh, das gibt Aussetzer, die Qualität wird schlecht. Wir wollen also jetzt eine faire Verteilung. Und das aktivieren wir mal, denn dafür sorgt Ingress Shaping. Wie macht Ingress Shaping das? Warum heißt es Shaping? Wir wollen ja Pakete priorisieren. Und zwar da, wo die Warteschlange entsteht. Also wo wir den Stau haben, müssen wir gucken. Wir müssen bestimmte Pakete bevorzugen, andere gegebenenfalls verwerfen, dass sie uns nicht die ganze Bandbreite klauen. Und deswegen shapen wir den Datenverkehr. Das heißt, wir machen ihn künstlich ein ganz klein bisschen langsamer, als das Maximum hergibt. Wir reden davon weniger als 1%. Um sicherzustellen, dass die Warteschlange der Pakete da entsteht, wo wir sie kontrollieren können, auf der Fritzbox. Um das zu aktivieren, ist ein bisschen versteckt. Gehen wir hier in Filter, Priorisierung und dann einfach mal auf Geschwindigkeit im Heimnetz. Da gibt es ja dieses Bandbreite für das Heimnetz reservieren. Das gibt es schon länger. Auch das nutzt Ingress Shaping. Da können wir sicherstellen, dass wenn das GaswLAN aktiv ist, dass das Heimnetz eine gewisse Bandbreite reserviert bekommt. Und da gibt es eine neue Option. Und das ist das Neue, was jetzt kommt. Und automatisch. Wenn ihr hier nicht eine Prozentzahl aktiviert, die nur das Heimnetz gegenüber dem Gastnetz priorisiert, sondern automatisch auswählt, dann werden automatisch auch alle Clients im Heimnetz automatisch eine faire Bandbreitenverteilung. Ich übernehme das. Das führt jetzt dazu, dass die Internetverbindung einmal neu aufgebaut werden muss. Denn, wichtiger Hinweis, damit wir dieses Ingress Shaping machen können, müssen wir die Hardwarebeschleunigung deaktivieren. Die Hardwarebeschleunigung sorgt dafür, dass bestimmte Pakete an der CPU der Fritzbox direkt vorbei zu den Endgeräten gehen. Also für Gaming zum Beispiel eine coole Sache. Aber wenn wir jetzt natürlich kontrollieren wollen, was da welche Bandbreite kriegt, müssen wir das über die CPU laufen lassen. Deswegen aktiviert das auch wirklich nur, wenn ihr mehrere Geräte habt, die gleichzeitig aktiv sind. Wenn ihr da allein unterwegs seid, dann lasst es, wie es ist. Nutzt die Hardwarebeschleunigung. Ist in dem Fall wahrscheinlich die bessere Wahl. So, ich gucke mal mal rein. Online-Monitor. Die Verbindung sollte neu aufgebaut sein. Jawohl, diesmal sogar mit 100 Mbit gesynkt. Und ich bin verbunden. Ich stelle hier nochmal sicher, dass der FTP-Datentransfer auch weiter läuft. Und ja, das sieht ganz gut aus. Machen wir also nochmal einen Speedtest und gucken, was jetzt passiert. So, und wir sehen direkt, wir landen da bei 50, 60 Mbit. Das heißt, jetzt hat genau die Box für diese faire Bandbreitenverteilung gesorgt. Hat gesagt, egal wie Verbindungen diese Anwendung hier aufmacht, wir verteilen die Bandbreite gerecht zwischen diesem Notebook und diesem Notebook. Und damit ist sichergestellt, dass die Anwendung, die hier läuft, auf jeden Fall stabil weiterläuft. Also zum Beispiel eine Videokonferenz, obwohl hier gerade irgendeiner wahnsinnig viel runterlädt oder einen Bithorn laufen hat oder was auch immer. Damit das funktioniert, auch hier nochmal ein kleiner Disclaimer, brauchen wir natürlich eine entsprechend leistungsfähige CPU. Und wir brauchen eine stabile Internetverbindung, stabil im Sinne von Geschwindigkeit. Denn wir wollen ja die Geschwindigkeit ein ganz klein bisschen langsamer machen, als das, was internetseitig maximal möglich ist, um sicher zu sein, dass bei uns auf der Fritzbox die Warteschlange entsteht. Das funktioniert nur semi-gut, wenn diese Internetgeschwindigkeit variiert. Und das tut sie bei einem Shared Medium. Also da, wo ich mir den Zugang mit anderen Internet-Usern teile, also Mobilfunk, Kabelnetze, weil egal, was ich da tariflich gebucht habe, wenn viele andere User gerade aktiv sind, kriege ich ja weniger ab von dem, was maximal zur Verfügung steht. Und da können wir dann eben nicht mehr künstlich ein bisschen kleiner werden, weil wir nicht wissen, was bei einem Shared Medium effektiv gerade möglich ist. Deswegen bieten wir es an für die DSL-Boxen und dafür die entsprechend leistungsfähigen, also 7590, 7530, 7590 AX natürlich, 7520, 7510, praktisch die neue Generation. Da könnt ihr English Shaping aktivieren. Ja, Lösegeld Günther, und ich hoffe, du weißt jetzt, was English Shaping ist und probierst es vielleicht direkt mal aus. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann wie immer ab in die Kommentare damit. Wir beantworten sie gerne. Vielleicht schon im nächsten Frag Fritz, damit ihr den nicht verpasst. Abo reinhauen, Glocke reinhauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und Tschüss.